Siehst du dieses Stück Erde? Es wird verschwinden. Es wird nur zu einer vage Erinnerung eines riesigen Landes, ein Projekt, bei dem du glaubtest, dass es funktionieren würde. Aber dieses Stück Erde, das dich als kleiner Junge willkommen hieß, vertreibt dich jetzt. Ich sehe dich im Inferno. Untertitelung des ZDF, 2020